Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Ralf an. Dieser hat über das Savisto Premium Cocktail Set geschrieben, welches er mit 4,1 Sternen bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Savisto Premium Cocktail Set. Vergleich und Test. Hobby Cocktail Genießer aufgepasst. Willst du bei der nächsten Party deine Cocktails auf das nächste Level bringen? Hast du generell Spaß daran, mit verschiedenen Geschmäckern zu experimentieren und einzigartige Mischgetränke zu kreieren? Dann könnte dieses Premium Cocktail Set von Savisto der Einstieg in die Welt der professionellen Cocktailshaker sein. Savisto Premium Cocktail Set. Woraus das Set besteht? Alle Zubehörteile bestehen aus widerstandsfähigem Edelstahl. Das ist zum einen langlebig und robust und zum anderen spürmaschinenfest und somit auch leicht zu reinigen. Man bekommt einen 800ml Boston Cocktailschüttelbecher und einen 450ml Glas. Außerdem sind noch zwei Messbecher in Begriffen in 25ml sowie 50ml Größe. Aufs Edelstahl kriegt man auch einen gedrehten Barlöffel und ein Sieb. Der Zerstoße ist aus Holz. On top ist noch ein Rezeptbuch enthalten, welches zeigt, wie man die einzelnen Utensilien verwendet und über 500 verschiedene Cocktailrezepte bereithält. Die Rezepte sind allesamt auf Englisch. Savisto Premium Cocktail Set. Test. Dieses Set ist bei Amazon der Bestseller. Der Originalpreis liegt bei schmale 39,99€. Zurzeit ist es sogar im Angebot für nur 22,95€. Zu diesem Preis habe ich es mir auch bestellt. Das Set kam sehr gut und ordentlich verpackt nach zwei Tagen an. Die Utensilien liegen alle in einer schwarzen edlen Verpackung, was es auch zu einem idealen Geschenk macht. Die einzelnen Teile sind allesamt sehr hochwertig, sofern ich das beurteilen kann. Der Shaker ist sehr stabil und schön gearbeitet. Das Glas ist eben wie ein normales Glas, was auf den Shaker passt. Die Messbecher und auch das Half-Round Cocktail Sieb machen ebenfalls einen soliden Eindruck. Der Holzstöße ist sehr massiv und fein gearbeitet. Mit allen Utensilien lässt es sich sehr gut arbeiten. Bei dem Barlöffel merkt man, dass dieser ein Getränk richtig schön durchmischt und das anders als ein normaler Löffel. Das Sieb kommt zum Einsatz, um Obst und Eis zu sieben. Der Shaker ist so das Hälfte der Kollektion und dieser liegt gut in der Hand. Zum Zeitpunkt des Kaufes habe ich mich gerade erst an den Umgang gewöhnt und war am Anfang noch nicht so geübt. Mittlerweile kann ich doch schon etwas komfortabler damit umgehen. Das Rezeptbuch ist ein klasse Zusatz. Wenn man keine Probleme mit der englischen Sprache hat, dann ist das der optimale Einstieg. Ich habe daraus schon ein paar Rezepte nachgeahmt, aber schaue doch lieber nach Zusammenstellung aus dem Internet. Am liebsten schaue ich meistens nach konkreten Zutaten, die ich gerne haben möchte und lasse mich dann von Rezepten inspirieren, die die Zutaten beinhalten. Da ich so Geschmack am Cocktails mixen bekommen habe, habe ich mir vor einigen Tagen noch ein zweites Set bestellt, welches etwas teurer war, aber insgesamt noch edler wirkt. Zwar handelt es sich darum um das Andoma Cocktails Set siebenteilig, welches man ebenfalls bei Amazon bestellen kann. Dieses kommt in einem Koffer an, den man sich auswählen kann. In drei Farben verfügbar, ich wähle schwarz. Dieses Set beinhaltet Cocktailshaker, Zitronenpresse, Cocktaillöffel, Stößel, Eiszange, Cocktailsieb und Barmas. Auch das eignet sich sehr schön als Geschenk, da es sehr edel verpackt in einem Koffer kommt, den man ideal zu Partys und Veranstaltungen mitnehmen kann. Die Qualität gefällt mir hier auch etwas besser und der Lieferumfang ist auch größer. Dennoch zahlt man hier original 79,95€. Bei dem Andora Set komme ich mit dem Shaker besser klar, da dieser bei mir sicherer und fester in der Hand liegt. Ich denke, das geht aber einfach nach persönlichen Präferenzen, die man so mit der Zeit entwickelt. Es sind alle wichtigen Utensilien vorhanden. Das Andora auf der anderen Seite ist zwar hochwertiger und auch der Koffer drumherum ist edler, aber für einen Einsteiger reicht definitiv das erste. Vor allem bin ich mir unsicher, ob sich dieser große Koffer für viele überhaupt lohnt, denn am Ende steht es vielleicht auch nur rum, sofern man das Set viel benutzt, so wie ich es tue. Bei mir nimmt er also eher Platz weg und ich überlege ihn komplett abzuschaffen. Verwendet man die Sachen allerdings nicht so häufig, kann es sehr praktisch zum Aufbewahren sein oder sogar zum Verreisen. Da ich nun beide zu Hause stehen habe, kommen auch beide zum Einsatz. Je nachdem welcher Löffel gerade sauber ist, welcher Shaker gerade in der Spülmaschine ist, wird der andere genommen. Mit beiden konnte ich gleichermaßen ein paar außerordentliche Cocktails zaubern, die von der Qualität her an die lokale Bar dicht herankommen. Ich habe mit diesen Sets eine neue Leidenschaft entwickelt, die gerne bei Freundinnen und mir selbst gesehen ist. Sich bei den Zutaten auszuprobieren, unkonventionelle Dinge zu mischen und am Ende etwas zu haben, was man selbst noch nie getrunken hat, macht einfach nur Spaß. Beide Sets sprechen für sich und ich denke, am Ende bleibt es eine Entscheidung der Optik, des Vorhabens und des Geldbeutels. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de Jetzt noch einmal diese Eindriff Re yemek mit einem Taumen im Bettoppen bis 1,5